Ich bin heute hier, um meinen Stammzeitspender, meinen Lebensretter zu treffen, den André. Ich bin jetzt schon ein wenig aufgeregt. Es ist wahnsinnig aufregend. Ich glaube schon, dass hier ein wenig weinen wird und ich versuche die Tränen wegzuhalten. Man hat sich noch nie persönlich bedanken können. Ohne André würde ich jetzt hier nicht mehr sitzen. Man kann sich nicht vorstellen, wie unendlich dankbar ich dir bin. Wenn man helfen kann, soll man helfen, oder? Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung heraus, lasst euch registrieren. Es ist super einfach, es tut keinem weh und wenn man helfen kann, sollte man helfen. Und mit so wenig Aufwand kann man einem Menschen das Leben retten.